Hallo hier DarkSaber und herzlich willkommen zurück zum Let's Play 3 Switch D Part 5 Beginn mit Pathfinder und ich hab die Zeit nicht erstellt. So, jetzt ist es erstellt. Let's go! Bewegen Sie die Edelsteine, um rein aus vier und mehr Elementen zu bilden. Hier sieht man, wie viel... also was zur 1 ist. Es kommt also natürlich kommt das da, dann das, dann das. Also von rechts nach links. So, und wir können auch diagonal eine Linie ziehen. Also, das müssen wir sozusagen machen. Wir müssen einfach nur vier nebeneinander schaffen. Und, ja, es ist egal, in welcher diagonalen Reihenfolge, ob von links nach rechts, etc. etc. Jetzt wollen wir erstmal schauen, was sich denn hier am meisten lohnen würde. Ähm, aber es ist hier alles so scheiße durcheinander, muss ich einfach mal sagen. Okay, dann versuche ich mal das Beste draus zu machen. So, wie wir sehen, hier kriegen wir gelb. Und hier ist eigentlich theoretisch drin schon eine Linie. Und wir kriegen Weiß. Okay, das kann ich vielleicht schon für meinen Vorteilen nutzen. Wir kriegen auf jeden Fall auch Grün, deswegen werde ich hier schon mal Grüne vorbereiten. So, das gäbe jetzt woanders hergekommen, als ich eigentlich wollte. Okay, das ist aber nicht so dramatisch. So, und Weiß kann ich hier machen, das ist gut. Eigentlich sei es auch nicht so praktisch, weil ich will, würde ich gerne das hier drüben machen. Dann mache ich es halt ganz woanders hin. Und zwar hier runter. Bang. Achso, hier drüben könnten wir Grün auch machen, aber ich werde es erstmal hier vervollständigen. So. Also wie ihr seht, ich baue mir immer schon vorher schon einiges zusammen, bevor ich irgendwas anderes mache. So, machen wir erstmal das weg. Dann kann ich mir das hier schon mal zusammenbauen. Na toll. Tue ich das hier schon mal hier hin. Gut, dann. Also am besten ist natürlich, wenn man so viel wie möglich auf einmal machen kann. Aber ich wollte jetzt hier erstmal alles frei haben. So einigermaßen. So, dann haben wir jetzt... Also wir kriegen jetzt auf jeden Fall Grün. Das ist sehr vorteilhaft, wenn ich das mal so sagen darf. So, dann tun wir mal halt darüber. So, dann machen wir das noch da hin. So, jetzt. So, jetzt. Das. Das. Dann kann ich das hier hochziehen. Ist das da rüber? Okay, das blau tun wir da hoch und das trotet wir hier rüber. Das wird jetzt wiederum nicht einfach, zieht der Trotter hier runter, obwohl das blaue kann ich ja schon... Okay, da habe ich jetzt ein Problem, ich tue erst darüber. Okay, now it's off. Also am einfachsten ist natürlich wenn man hier schon mal mehrere zusammen ditcht. Hier habe ich jetzt das ganz großartige vor, das seht ihr vielleicht schon auf der rechten Seite. Ah, das hätte ich vielleicht lassen sollen. Egal. So könnte ich jetzt zumindest das hier so gut wie vollständigen. Tun wir mal da rüber. Jetzt können wir das nächste... Oh, super. Nächste Kröne muss natürlich sonst so sein. Okay, dann machen wir Roter hoch. Okay, jetzt ist hier so ziemlich alles im Weg. Wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Tollerte... Soll ich jetzt! Tollerte... Danke, da Tim! Das ist alles drin. Das ist alles drin. Das war's. das weg dass ich das hier so jetzt könnte doch daraus theoretisch endlich was werden ok jetzt mache ich dem ganzen einfach mal ein ende das ist ja jetzt richtig nicht hilfreich also ich führe hier unten die komplette einfach mal voll machen weil ich kriege gerade richtig viel rot rein warum auch immer ok das wird jetzt so langsam hier ein bisschen unübersichtlich ok da haben wir rote da er ist an einer ganz praktischen stelle angekommen gut dann tun wir einfach mal hier rüber auch hier ist die zeit wieder voll ach da ist immer noch was im weg ok orange runter es ist wieder was im weg das ist überhaupt nicht hilfreich okay dann wir mal hier Und hier das... und hier das... Pardon. Hat keiner in dem Wahnsinn. Ah, jetzt. Jetzt geh ich das hier weg. Okay, das muss auf jeden Fall hier weg. Na, dann machen wir's auch. Ah, das war hier. Das war irgendwie klar, dass das so kommen musste. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, das hier hin und das... Ah, das war nicht komplett. Äh, das da hin, das da hin. So, jetzt hab ich auch noch ein Problem. Ähm, zumindest... Ah, das war klar. Okay. Ja, das war ein Tauber. Und... Das da hin. Das war ja so klar. Okay, jetzt wird's immer so schwer hier und das hin zu bekommen. Okay, ähm... Also... Das... Kuh-kuh-kuh-kuh-kuh Oh shit. Vor allem die Roten hätte ich schon längst wegpacken müssen. Na das war klar. Na scheiß drauf. So, das kann ich jetzt auch wegpacken. 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 Natürlich, das ist ein Verluch, ich versuche den hier gerade rüber zu bekommen, das war jetzt vielleicht nicht gerade die beste Variante. Ok, ja, weil das Spiel ja so unminös auflösungsreich ist, muss es jetzt natürlich anfangen zu ruckeln. So geht's auch. Ich habe es ja dafür, dass ich das alles nicht mehr hinbekomme. Bisschen kriege ich noch hin. Das ist jetzt schon schwer, das alles anzubekommen. Er wird erst mal wieder gerne wissen, was mein Computer hier schon wieder macht. Okay, Linien bauen ist ja so einfach. Na, nicht in diesem Spiel. So, ähm, hm. Dann gucken wir mal. Na, was mach ich denn da? Geziehen wir das hier rüber. Immerhin. Immerhin. Okay, das bringt wirklich nichts mehr. Ähm. Ich kann hier und da noch versuchen, irgendwie was zu tricksen, aber das wird schwierig. Genau, das sind wir bekommen. Ähm. Gucken wir das da hin. Und da hört es dann auch schon auf. Ähm. 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 Das könnte aber theoretisch schon wieder was werden. Okay, gucken wir mal. Aber auch nur theoretisch. Ah, es war so klar, es war so klar. Okay, machen wir mal das Tier weg. Jetzt ziehen wir das hier hoch. Und das hier rüber. Und das war so klar. Und das war so klar. Oh Mann, die Festplatte wird jetzt schon wieder fast voll sein. Das war jetzt im Bewusstsein, dass ich schon sehr viel Zeit hier eingesetzt habe und ich wahrscheinlich noch eine Folge nicht hinbekomme. Oh, jetzt wird das aber so ekelhaft schwer hier auch noch unter 10 zu bekommen. Okay, das sage ich wahrscheinlich jetzt schon rund zum hunderttausendsten Mal. Okay, jetzt kannst du eigentlich vergessen. Es sei denn... Das sollte eigentlich klappen. Ja, jetzt hat sich die Sache erledigt. Oh. Aber ich habe gesagt, ich glaube nicht mehr an Wunder. Ja. Gut. Dies war es vom fünften Part von 3-Switch-D-Pathfinder. Euer Tag selber. Euer Tag selber, bis zur nächsten Folge.